Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Rachaft. Ja, wir haben hier einen, ich habe hier einen lieben Kommentar bekommen von der lieben Selina, danke dir vielmals dafür. Und der Vorschlag ist echt genial, ich hätte auch mal drauf kommen können, aber naja. Das ist der Unerfahrenheit geschuldet. Und zwar, die Gute hat mir da einen Tipp gegeben, zwecks unserem Planck hier, also dem Floß hier eigentlich, dass ich hier doch ein bisschen ausbauen könnte, und zwar in eine bestimmte Richtung. Warte mal, beginne ich das noch schnell. Jetzt ist das ein Tag her und hier war schon wieder nichts. Achso, mit dem Baugding war es genau, so war das, genau. Und zwar sollen wir hier quasi so ein Kreuzverband, ein bisschen hier und ein bisschen da, so ein paar, ja, unser Floß quasi, also erweitern. Ich probiere das jetzt mal, einmal hier und einmal da. Jetzt machen wir wieder ein paar Planken mehr und dann ist es halt kein Mod, hier einfach ein bisschen in die Länge zu bauen, also jetzt halt hier in die Breite zu bauen und dann kann man leichter in die Sachen ran, dann brauchen wir die nicht so blöd fischen. Das ist supi, genial. Und nachher, einmal Plastik. Und wenn ich Glück habe, kriege ich das, yeah, das Laufen. Aber ich muss hier ein bisschen fischen üben. Boah, der Wellengang ist heftig. Hoffentlich saufen wir da nicht ab, hey. So, die Planken hier dürften, ja, warte, aber die kriege ich. Wir dürften etwas schwierig zum Erwischen sein, wollte ich sagen. Yay! Okay, das habe ich voll versammelt. Halt, bleibst du da. Halt, halt, halt. Und ich gehe baden, ne, fast. Wie geht's? Naja, wenigstens das Plastik. Naja, hey, das sind ein Haufen Blätter, die brauche ich. Die Blätter sind immer gut. Super. So, blanke, 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 blanke. Voll erwischt. Können wir schon wieder einen Baum? Ja, das ist echt genial. Es ist wirklich genial. Dankeschön, liebe Selina. Vielen lieben Dank. So, jo. Blatt, 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 blatt. Ach, zu langsam. Kriege ich es noch, kriege ich es noch? Ja, uhu. Ich sauf gleich ab hier, ne? Ja. Zocki Spezial, kriege ich die Truhe, äh, Truhe, sage ich schon. Bin schon voll Truhen geschädigt. Ja, das hat super hin. Und auch das, perfekt. Ja, das läuft hervorragend. Das läuft hervorragend. Ich freue mich. Halt. Ah, ah, okay, mir geht nicht. Aber ich glaube, so kann man das schon... Ja, das hat schon Hand und Fuß. Das klappt schon. So, oh, ich bin hungrig. Ich habe komplett vergessen, was zu essen. Ich bin so doof. Ich muss fischen. Ganz, ganz gut. Ich habe eine Kartoffel, wollte ich sagen. Sehr gut. Können wir auch was trinken. Ja, das haben wir auch gleich saufen. Prost. So, wieder schön befinden. Yeah. Super. Ähm, jetzt ist das irgendwie grünftig. Ja, ich glaube, das passt. Halt, danke. Das heißt, wir gehen jetzt wieder fischen, weil das ist ein Stein, glaube ich, ne? Ja, ja. Dann probieren wir wieder unser Glück, ne? Schwupp. Einfach schnell sein. Sobald, sobald, ne? Sobald. Sobald der Button steht, linke Maustaste drücken, wo gut ist. Wir sind gespannt. Wird Zocki es schaffen, einen Fisch zu fangen? Ja. Wichtig ist auch, dass ihr, glaube ich, einen Platz habt, hier unten, ne? Weil ich glaube, das switcht nicht automatisch da rein. Und deshalb machen wir das jetzt mal. Ah, Blätter. Kommt's näher. Kommt's näher, Blätter. Yeah. Super. Okay. Ich müsste den Fisch mal auf den Grill legen. So. Ah, die kann man essen. Ja, dann platzieren wir mal. Dann Blanke platzieren. Wo haben wir jetzt den Fisch? Fass! Nein! Fass, bleib hier! Bleib bei mir, Fass! Geht's das aus? Nein! Oh, eine Blanke. Hey, du scheiß Fisch! Äh, links. Kann ich jetzt einen Speer bauen, endlich mal? Nein! Wir finden schon wieder blank. Ich glaube, da hat mir gerade das Boot ruiniert. Ja, Gott. Was soll ich mal aufnehmen? Äh, Flanke platzieren, habe ich gelesen. Blanke platzieren. Da ist der Fisch. Wir müssen mal essen. Mahlzeit. Ich habe den gerade nicht gefunden gehabt vorhin. So. Essen technisch, ja geht. Wir müssten auf jeden Fall halt. Ja, die nehmen wir gerne mit. Ich muss auf jeden Fall... Ui, da ist wieder ein Fassl. Alter, ich komme ja zum Fischen. Da ist viel zu viel Graffel. Das gehört verboten. Yeah. Komm nur her. Und die Blanke. Komm her. Jawohl. Das nehmen wir auch noch mit, so gut es geht. Wow, ich fall gleich ins Wasser. Yeah. So ist gut. Ähm. Fischen wollte ich nochmal. Da kommt schon wieder Laub daher, ne? Also Laubblätter. Ballenblätter. Ui. Den Speer muss ich jetzt bald mal bauen, damit wir den Hai abwehren können. Diesen wiesen, fiesen Kerl. Ich wollte eigentlich den Grill umstellen, aber ich habe mir jetzt gedacht, weißt was, Hupfen-Gatsch. So, wir essen wieder. Nom, nom, nom. Ah, lecker. Noch ein Blatt. Da kommt ein Haufen Zeug. Also funktionieren tut das System hervorragend. Muss man echt sagen. So, bauen. Ich möchte gern, ja, ich werde hier mal ein bisschen weiter machen, auch hier so. Geht sich noch was aus? Nein. Egal. Macht nichts. Da sind kommen wieder richtig schöne Blätter. Die nehmen wir auf alle Fälle wieder mit. Yes. Und da kommen gleich zwei Fasseln. Okay. Zack. Die werden auch super toll mitzunehmen. Zack. Das geht super. Ich freue mich. Halt. So. Ein Fässchen. So, zack. Yeah. Super. Ein Haufen Planken. Das ist sehr, sehr schön. Wie schauen wir aus gesundheitlich? Ich glaube, das geht noch. Na super, jetzt kommt der Sturm. Yeah. Unsere Baupläne habe ich auch noch. Forschungstisch werden wir brauchen. Okay. Ja, logisch, ne? Jetzt wird es aber schon heftig da. Zack. 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 So ist gut. So ist glaube ich schon gut. Eine Blanke wieder. Komm da her. Komm zu Mama. Sehr gut. Ähm. Das nehmen wir wieder. Dann wäre gut, wieder was zu essen. Na, schön langsam. Und zu fischen. Yay. Ja, der Wellengang ist arg. Das klappt super. Ah, stimmt. Man kann auch. Also, ich erwische es nicht. Ah, da ist ein Fassel. Jawohl. Geht ja. Schrott, Seil, Kunststoff, Blanke. Ich werde wieder was fischen, glaube ich. Hoi, der Karrer. Ich hoffe, dass bei dem Wellengang auch Fische trotzdem anreißen. Das wäre famos. Oh, ich sehe gerade. Ich glaube, ich habe einen Blödsinn gemacht. Warte kurz. Boah. Ich habe noch nie so viele Balmblätter gehabt wie hier. Also wie jetzt gerade. Seile anhaufen, Planken anhaufen. Ich muss ein bisschen Platz machen für die Fischis. Plastik. Plastik. Komm zu Mama. Weil unser... Ja. Warte kurz. So. Komm her. Weil. Äh, was würde ich sagen. Wir werden unseren Haken bald verlieren. Hier, ne? Der Plastikhaken. Das mit dem Schuh ist auch so cool. Yay. Da kommt wieder ein Haufen Blätter. Die hätte ich auch ganz gern. Ich hoffe, die kann ich trotzdem mit E schnappen. Yes. 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 Geht's. Super. Jawohl. Und wir haben ein Fischi gefangen. Ich mag die Angel. So. Und weiterbraten. Und Mampf. Ja, ich glaube so schön langsam. Aha. Trinken sollte man auch wieder was. Ist das jetzt der... Ui. Und da ist ein Fass. Warte kurz. So. Zack. Super. Ähm. Genau. Trinken. Süßwasser. Fast. Salzwasser, Süßwasser, Plastik. Allerdings hat das so viel zu tun. Jetzt ist schon bald mit dem Sammeln schon Stress. So. Der Holzbärherrschaftszeit. Mir fehlen immer noch Flanken. Ah, da schwimmt eh schon die nächste vorbei. Freundlicherweise. Und noch ein Fässchen. Das brauche ich unbedingt. Schnapp, schnapp. Jawohl. Das klappt ja gar nicht so schlecht. So langsam. Langsam. Verstehst du? So langsam. Schwimmann, dreh, ruß. Prost. So. Wieder trinken. Prost. So. So. Yay. Warte. Holst du mein Speer. Jetzt haben wir. So. Na warte. Das kriegst du zurück. Weg. Weg. Geh nach Hause. Alter. Mistviech. Ich baue mir halt eine neue. So. Halt. Geh mal schon her damit. Jawohl. Ein Fässchen. Schwimm nur. Schwimm nur. Wir kriegen dich. Zack. Blanke. Zack. Wunderbar. Wunderbärchen. Zack. Zack. Dann wollte ich da drüben nochmal. So. Halt. Die Blätter. Die Blätter. Schwupp. Geht sich das noch aus? Ich glaube nicht, ne? Na. Voll daneben. Aber ui. Aber hier. Hier dafür. Zack. Zack. Super. So. Blanken können wir wieder mal reintun hier. Dass der Fisch auch gebraten wird. Auch hier wäre, glaube ich, eine Blanke gut. Gut. Wah. Jetzt werde ich fast ins Wasser gefallen. Also seekrank darf man hier echt nicht sein, ne? Da muss man echt schon sagen. Ups. Was habe ich da gemacht? Hä? Trotzdem war es gepischt. Auch nicht schlecht. Ah, da kommt noch ein Fässchen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Und. Zack. Yeah. Wunderbar. Geht ja schon gut. Haiköder, damit er beschäftigt ist. War das, glaube ich, ne? Buttl. Plastikhaken. Der ist ja eh bald kaputt. Angelrute. Steinaxt. Ah, die brauchen wir dann später zum Fällen für Bäume. Ist eh logisch, wenn wir auf so einer Insel ankommen. Aber ich brauche auch mal hier diesen Wurfanker. Lässt dich dein Floß ankern. Kann nur einmal verwendet werden. Den nehme ich mal zur Sicherheit. Das wäre sicher nicht verkehrt. So, eine Blanke. Der Fisch braucht ewig, bis da fertig wird. Blätter. Da ist nochmal ein Fässchen. Na, das ist schon cool. Jetzt haben wir auch endlich mal eine gute Überlebenschance. Hui. Jawohl. Ja, sehr gut. Super, unser Fisch ist fertig. Dann können wir eine Blanke reinhauen. Auch hier wieder mal. Ich glaube, wir sollten wieder mal... Oh, was essen wir zuerst? Nicht schlecht. Dann was trinken. Auf euer Wohl. Ui, Plastik. Blanke. Noch mehr Blanke. Ah, da kommen noch zwei. Einmal, zweimal. Ich mag die Musik auch sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mache ich jetzt schon Wasser ein. Das geht schneller, als ich denke. Huch. So, wie schauen wir aus? Kein Fässchen in der Nähe. Danke, das heißt, ich darf wieder mal ein bisschen fischen. Yay. Das klappt ja schon gar nicht so schlecht. Schön langsam sind wir wieder satt und auch nicht durstig. Es läuft. Ui. War ich den Fisch? Na, boah, ihr habt erwischt, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass ich ihn jetzt versäume, weil ich das Palmblatt aufgehoben habe. Aber es geht gut. Läuft gut. Schön konzentrieren. Schön konzentrieren. Gleich kommt der Fisch, glaube ich. Ich spüre es. Ja. Super. Hey, wir haben neun. Keine Ahnung, was das für ein Fisch hier ist. Und ich glaube, den bräuchte man ein Hering. Hm. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Köstelig. So, dann sammeln wir auch gleich wieder ein. Habe ich schon ein Fässchen versäumt? Nein, aber fast. Ui. Jawohl. Sehr fein. Die Fasseln sind halt wirklich, wirklich Gold wert. Kriege ich die Blätter noch? Wahrscheinlich nicht. Ist zu. Jawohl, Glück gehabt. Super. Da ist noch ein Fassel. Ich glaube, das kriegen wir so, ohne zu fischen. Da kommt es schon. Da kommt es schon. Und. Zack. Es gehört uns. Das muss ich aber wahrscheinlich fischen. Ui. Ah, das ist kaputt. Ja, so viel zum Fischen, ne? So. Das war jetzt hier, glaube ich. Genau. Hier, Plastikhack. Einmal herstellen, bitte. Dankeschön. Kriege ich es noch? Ich glaube nicht, oder? Das ist jetzt schon zu weit weg, oder? Ja. Keine Chance mehr. Schade. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. So. Der Hering und das Fischi. So. Das passt super. Auch Wasser wieder, also zum Wohl. So. Und gleich weitermachen. Und Blanke. Und auch hier eine Blanke. Super. Und natürlich, wo ist unser Fischi? Obwohl, es geht ja automatisch ins Eventar. Okay, ich hatte schon Sorge. Mahlzeit. Super. Das macht schon Gaude. Halt. Du schleichst dich ran. Schub. 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 Immer auf die Nase normalerweise. Die Nase ist immer so eine Schwachstelle beim Haifisch. Wenn man ihm nämlich zu sehr, das waren die Delfine ja oft, ne? Oder jedes Mal, wenn sie gegen einen Haifisch kämpfen müssen. Ähm. Oft machen sie es nur, um die Haie zu ärgern. Ähm. Einfach an die Nase stupsen. Das mögen die Haie überhaupt nicht. Das ist hier eine absolute Schwachstelle. Und, ähm. Ja, dann haut der Haifisch ab. Da kann man auch super mit dem Fuß dran treten. Das soll auch ganz gut helfen. So, das Haie wieder gerettet. Oh doch. Puh, ich dachte schon, das hätte ich versaut. Na du. So, wir könnten vielleicht wieder mal ein wenig ausbauen. Hier zum Beispiel. Zack, zack, zack. Dann haben wir schon ein schönes Kreuzelein. Ich würde sagen, so noch. Geht noch was? Nein. Okay. Dann haben wir schon eine schöne Fläche. Dann können wir auch schon langsam mal versuchen, diesen, diesen, diesen Tisch da zu bauen, ne? Diesen Forschungstisch, wie der heißt. Dann würde ich gerne hier hin platzieren. Oder brauche ich da noch ein paar Blanken? Äh, Blanken. Ich sage immer Blanken. Ein paar, ähm, Floßböden. So. Aber hier sind die Blanken. Theoretisch brauche ich die auch. Und praktisch sowieso. So. Yay, yay. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Das ist cool. Das ist cool, cool. Jetzt hat es ausgeschlossen, wenn da was sein würde. Komm noch. Ja, wo ist die Blanke? Ja, wo ist sie denn? Da kommt sie. La, 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 la. Aber da sieht man mal bei dem Spiel, ne? Wie der Ozean verdreckt ist, oder? Unfassbar. Unfassbar. So, eine Sebrasse. Knusper, knusper, Knäuschen. Und ein leckeres Schluckerl. Ha, das da drüben wäre halt auch cool, ne? Mit einem Bartl kann man wahrscheinlich dorthin, oder? Kann ich eins? Ja, ich kann es herstellen. Wenn ich jetzt das Bartl verwende. Tatsächlich, das würde, glaube ich, gehen, ne? Vielleicht können wir auf das Boot da drüben. Cool wäre es ja sowieso, wenn man andocken könnte irgendwie. Also, das mitnehmen könnte, so muss ich sagen. Dass wir quasi unser Boot mit dem hier ausbauen könnten. Das wäre cool. Ich Bartl, ich Bartl, la, 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 la. Ich glaube, das haut echt hin. Mega cool. La, 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 la. Da kriegen wir nämlich Muskeln auch. Und wir wissen ja, Muskeln kann man immer brauchen. So. Duck. So, jetzt brauche ich diesen Anker, oder? Wie geht denn das mit dem Anker? Halt! Wie geht das jetzt eigentlich mit dem Anker? Ah, ich verstehe. Okay. Überwie noch mal gegenzubatteln. Wird es aber nichts bringen mehr, glaube ich, oder? Da wird die Strömung zu stark sein, oder? Stärker als ich. Ah, den muss man zuerst platzieren. Ja, das muss man halt auch wissen, ne? Äh, äh, äh. Wir schaffen das, wir schaffen das. Zwei Jahre später. Äh, 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 äh. Wenn es Wasser will nicht unbedingt, ich will aber, äh, ich will wissen, was auf dem Boot da ist. Äh, 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 vielleicht sind hier Baupläne drauf. Haha, wir schaffen das, wir schaffen das. Äh, 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 wirst du hierbleiben, du Boot? Äh, äh, wenn wir ein richtiges Bech haben, müssen wir wahrscheinlich, ähm, sogar schwimmen wir noch ein Stück, ne? Äh, 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 das ist richtig shapefest. So. Jetzt aber, oder? Darf ich jetzt? So. Was haben wir denn da? Eine Kiste, okay. Und das war's, mir geht nicht. Oh, das sauft ja ab. Waaah! Ui! Habe ich gewusst. Bist du schwer lästig? Bist du schwer lästig? Geh, einen Fisch fangen und lass mich in Ruhe. Herrschaftszeiten. So. Das, den kriegen wir auch nicht, ne? Das Fassl. Na, glaub ich nicht. Okay, ähm, durch das viele Badeln haben jetzt unser Badel ganz schön, ja, misshandelt. So. Ähm, das war nicht so klug von mir, glaub ich. Fischen müssen wir auch schon wieder. Jetzt sind wir hungrig. Hungrig. Jawoll. Ich glaub, wir haben einen Fisch. Ja, super. Okay, bin froh, dass das Inventar klappt. Ich hatte schon Sorge, dass das nicht hinhauen würde. Da fällt mir gerade ein, mit X kann man das entfernen. Müssen wir, glaub ich, oben bleiben, oder? Hm, ich würd gern den Stiefelwand das hin tun, ehrlich gesagt. So, ich wollt den ein bisschen darüber tun, ehrlich gesagt. Aber, drehen, entfernen. Ich drück hier auf X. Hm, mit R kann man ihn drehen. Geht das wenigstens? Weitere Teile halt... Was? Nicht die Maustaste. Ach so, das ist das gemeint. Ähm. Ah, jetzt geht er. Guck, ich möchte ihn nämlich gern woanders hinstellen. Ähm, da hätten wir ein bisschen Platz noch. Ich würd ihn gern da hinstellen. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier eine Kartoffel reinpflanzen können. Yay, super. Unser erster Sprössling. Braucht frisches Wasser. Okay, natürlich Süßwasser. Das heißt, ich denk mal, dass das so funktioniert. Wir werden auch einen zweiten von dem Kerl da brauchen. Bin ich mir schon... Oh, ganz sicher. Bleib hier, Fass. Bleib hier. Nein. Nein, dann halt nicht. Ui, das ist nämlich eine Insel. Und da brauch ich wieder dieses... Anker-Dings, diesen Wurf-Anker. Den hab ich ja so nicht. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. La, 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 la. Aber ich glaub, so schön langsam wird's ja. Jetzt haben wir schon zuerst die Kartoffel gepflanzt. Wird's schon werden, hoffe ich. Ich wollte fischen eigentlich, ne? In dem Fall mal essen. Ähm, die Kartoffel. Tu mal weg. Was bist du eigentlich? Metall-Erz. Okay. Da ist mein Fischi. So. Mahlzeit. Krupp, 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 krupp. So. Und dann gehen wir nochmal fischen. Fischen mit Fisch. Und dann wär gut. Haben wir noch Blanken? Ich glaub, nix mehr. Arm wie Kirchenmäuse. Fischi, 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 Fischi. Yeah. Der ist auch schon. So. Rauf auf den Grill. So. Blanken. Auch hier. Ähm, wie schaut's wassertechnisch aus? Brauchst du noch Wasser? Na, schaut nicht aus. Dann können wir mal was trinken. Das ist hervorragend. Und so. Eine Blanke. Super. Jetzt ist es halt echt schon ein bisschen ungut, wenn es so dunkel ist, ne? Aber der Mond ist schön. Der Mond ist schön. Lala. Unsere Angel ist aufgebraucht, wie ich sehe. Das heißt, sie brauchen eine neue. Ich brauche einen Haufen Blanken noch. Und da schwimmt schon eine weg, aber nicht mehr lange. Die haben wir noch erwischt. Da haben wir ein Fässchen. Das schwimmt direkt auf uns zu. Das ist hervorragend. Vielleicht erwische ich von da drüben irgendwie eine Blanke. Yeah. Super. Okay, ich muss... Aha. Okay, das Fässchen muss ich schnappen. Das geht nicht so gut. Zack. Ja, ist okay, was dran ist. Aber keine Blanke, leider. Von denen hätte ich ein bisschen was gebraucht. So. Wenn wir uns halt welche fischen. So. Welche Angeln, so besser gesagt. Zack. Der Haifisch hat uns da ganz schön was weggefressen, ne? Dieser Saukerl. Du bist schuld. Wie so? Jawohl. Gott sei Dank, wir haben ein paar Blanken bekommen. Das heißt, wir können die Angelnroute herstellen. Das freut mich. Bist du schon wieder lästig? Ich komme schon. Schleicht. Weg. Tschüss. Geheim. Mistviech. So. Ein Fischi. So, dann verknuspern wir sofort. No. Cup, 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 cup. Und was zu trinken? Prost. Selbstverständlich gleich wieder nachfüllen. Blanke. Da haben wir keine Blanke mehr, derweil. So. Sind hier Fässchen in der Nähe? Nein. Das heißt, ich bin wieder so frei und gehe fischen. Zack. Ah, das läuft schon nicht so schlecht. Ich bin gespannt, wie lange die Kartoffel braucht. Bis sie wächst. Die ist jetzt schon so groß. Alter. Okay. Das ist cool. Das geht einmal flott, die Karotte. La, 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 la. Na, Hai, Fisch. Lästiger Zapfen. Kriege ich dich? Kriege ich dich? Kriege ich dich? Yeah. Und ein Fischi, glaube ich, auch. Was haben wir hier für einen? Boah, das bist du für ein Trümel. Ein Buntbarsch. Hm. Leck mich am Arsch. Es ist ein Buntbarsch. So. Musst du gegossen werden? Glaubt nicht, gell? Nicht, dass sie uns noch absäuft. Ich sehe was. Ich sehe was. Ein Fässchen. Fässchen. Scheiße. Zwei Fässchen sogar. Eins gehört schon uns. Aber das zweite werde ich, glaube ich, nicht mehr erwischen. Nein. Gerade nicht. Schade. Aber das hier dafür. Jawohl. So. Da ist ein Haufen Müll. Jawohl. Zwei Sachen bekommen. Das ist super. Ähm. Ernten. Oh. Zwei rohe Kartoffeln. Okay. Das ist aber nicht schlecht. So. Mal kurz warten. Die versuche ich jetzt zu pflanzen. So. Da brauchen wir jetzt, ähm. Brauchen frisches Wasser. Blanke setzen. Habe ich vergessen zu trinken. Süßwasser. Wasser. Genau. So. Jetzt passt's. So. Haha. Ein Fässchen. Ein Fässchen. Hoi. Karamba. So. Der Pat ist auch schon. Nein. Der Pat ist zu Ende. Ich habe zu früh angezogen. Es ist zu dunkel. Ich habe nichts gesehen. Mist. Das war wieder typisch ich. So. Darum kommt noch eins. Das werde ich mir auch versuchen zu schnappen. Hui. So. Und dann versuchen wir den Part zu beenden. Obwohl es mir sehr schwer fällt. Weil ich bin eigentlich nur mehr am zocken. Ja. Das ist so lustig hier. Eine Blanke für dich. Okay. Da kann man das nächste Fisch drauf braten. Das ist mal gut. Da kann man dann später eigentlich auch kochen. Wahrscheinlich, ne? Das ist halt echt cool. Nom, nom, nom. Halt. Ein Fässchen. Jawoll. Hervorragend. So. Dann würde ich mal sagen, wir können unser Flößchen weiter ausbauen. Oder nochmal bauen. Also weiter, weiter. So. Halt. Das nehmen wir mit gleich. Da drüben wir wieder ein Fässchen. Ich muss da echt aufpassen. Und der Haifisch zerlegt uns das Ganze schneller, als ich bis drei zählen kann. Schwupp. Danke. Und vielleicht kriegen wir das auch noch. Schwupp. Jawohl. Alle drei Sachen. Mega cool. Mega cool. So. Das habe ich natürlich nicht bekommen, weil ich das Fisch. Ganz einfach und unkompliziert. Schau, wie das wächst. Das wächst echt nicht langsam. Gegarter Hering. Gegarter Hering. Gut. Ja, voll cool. Kann man wirklich. Ah, das ist super. Das ist echt hervorragend. Gut. Habe ich da vorne eine Insel gesehen? Nein, ich glaube, da hat es mich gerade getäuscht. Ah, Blätter, Blätter, Blätter. Komm her. Super. Ja. Sehr gut. War da gerade was? Eine Blanke platzieren. Ich glaube, da habe ich mich gerade getäuscht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein Fässchen. Ui, aber ich sehe wieder ein Boot. Mann, du bist echt was Lästiges, ne? Oh, hoppala. Na super. Ich bin... Ich sauf ab, glaube ich. Hey. Ja, das habe ich versaut. Aber sowas von versauen. Das kann wirklich nur ich. Zack. So. Das kann wirklich nur ich. Und du auch. So. Die Blanke nehmen wir auch noch mit. So. Ach. Kann ich jetzt schon wieder das hier bauen? Jawohl. Gott sei Dank. Das freut mich sehr. Das werden wir gleich überziehen. Hä? Wo kann man das hin platzieren? Ah, hier. Wo ist jetzt das Boot? Da drüben. Ich habe... Mein Battle ist im Arsch. Muss schauen, ob ich mir ein neues bauen muss. Ähm. Hier war es, ne? Mal schauen, ob das überhaupt noch klappt. Wahrscheinlich nicht, ne? Da werden wir schon zu weit weg sein, fürchte ich. Ah. Das ist voll der Schöpf, ey. Ich wollte den Bad beenden. Okay, ich glaube, das kriege ich echt nicht mehr. Ist noch ein anderes in der Nähe? Nein, nicht wirklich. Oh Gott. Ah, dann mache ich das Bad umsonst kaputt, oder? Es ist halt da oben wie eine Truhe, ne? Es wäre halt echt... Boah, das treibt aber ganz schön stark weg, ne? Kommen wir überhaupt ran? Schon irgendwie, ne? Das ist halt die Frage, ob ich überhaupt unser Floß festmachen sollte. Ob wir das halt für eine Insel sparen sollten. Alter. Da kann es baddeln, bis ein wahnsinniger... Ich wollte ein Part beenden. Ich mache es mal ganz schnell. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir baddeln fröhlich weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.